Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen, hoffentlich legendären Prank-Folge hier in Craft Attack X. Heute ist es soweit, heute ist es soweit, der Kroko, der kriegt eins auf den Deckel. Ihr habt es vielleicht in meiner letzten oder vorletzten Folge irgendwo gesehen, der Kroko hat uns geprankt. Ich weiß nicht, ob ihr den Rasenmäher gesehen habt, ich blende euch das ansonsten jetzt einmal kurz ein. Und zwar hat der Kroko den Prank von Klimm genommen, den Rasenmäher vor meiner Basis und mit TNT einfach ein Loch in meine Basis gesprengt. Ich würde sagen, das geht gar nicht. Und da der Kroko schon gar nicht auf meinem letzten Prank hier richtig reagiert hat, beziehungsweise nur sehr klein reagiert hat, wird es, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt mal die Burg stürmen. Burg stürmen? Was kann denn der EOSA damit meinen? Tja, ich möchte hier natürlich nichts kaputt machen. Die Burg soll heile bleiben. Ich glaube, die Idee beim Prank ist immer, dass es was Lustiges, Abwechslungsreiches, mit viel Interaktion ist. Und genau das habe ich vor. Ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen griechischen Mythen und Sagen kennt. Und zu so einer Burg gehört eigentlich, wenn man eine Burg stürmen möchte, ein ganz schlaues Konzept. Im Mittelalter hat man es so gemacht. Man hat die Burg belagert, kaputt geschossen oder irgendwie den Brunnen vergiftet, alle Wege blockiert, die Leute ausgehungert. Da gab es viele Möglichkeiten. Aber in der griechischen Mythologie gab es noch eine ganz bekannte Geschichte. Und zwar die Geschichte vom trojanischen Pferd. Die erzähle ich euch jetzt nicht ganz. Die Idee ist aber die, dass hier vor der Burg ein kleines Geschenk aufgebaut wird, was der Kroko unbedingt in seine Stadt holen möchte, weil es so wunderschön ist. Und die Geschichte möchte ich heute hier ein wenig nacherzählen. Ich habe mir gedacht, wir bauen dieses trojanische Pferd einmal nach. Also das ist eine Falle, die quasi reingeholt wird und dann innen drin sozusagen die Burg gestürmt wird. Und diese Falle bauen wir ungefähr nach. Und zwar möchte ich jetzt hier vor die Stadttore ein riesiges Holzpferd bauen. Ich denke, der Kroko wird die Anspielung an das trojanische Pferd verstehen. Und wir bauen in dieses Pferd keine bösen Gegner rein, die die Stadt überfallen. Sondern wir machen es so, dass wenn der Kroko die abbaut, das trojanische Pferd, dass dann ihm Monster auf den Kopf regnen. Das heißt, ich muss ein Pferd aus Holz bauen. Erste Aufgabe kann ich gar nicht. Ich hoffe nicht, dass es nachher aussieht wie ein Klotz mit vier Beinen. Wir werden es aber nachher sehen. Und dann müssen wir hier Monster reinbekommen. Ich denke, der Prank mit dem trojanischen Pferd sollte ziemlich lustig werden. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt als erstes mal losfliegen. Ich muss mir ein Wäldchen raussuchen. Ich glaube, ja, wir nehmen das da hinten oder irgendeines in der Ferne. Und ich brauche erstmal eine Menge Holz. Genügend Holz sollte nun vorhanden sein für den Bau des trojanischen Pferdchens. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Statuen und ich, ich bin kein Meister, was so Statue bauen angeht. Also das wird jetzt gleich lustig werden. Ich muss mal gucken, auch wie ich das mit der, wie nennt sich das beim Pferd, Haarpracht, Mähne mache. Und wir brauchen natürlich auch innen ein bisschen Platz, dass man da die, die Überraschung, drücken wir es mal so ganz freundlich aus, drinnen verstecken kann. Das Grundgestell steht, und ihr seht's, ich habe noch ein bisschen Erde aufgeschüttet. Das sollte so sein, dass der Krokodas recht einfach wieder entfernen kann. Sieht man zumindest hier genau, wo es ist. Denn das Problem ist, so ein Pferdchen kann natürlich hier nicht selber hinlaufen, vor allem wenn's aus Holz ist. Und deswegen hab ich mir gedacht, stellen wir mal so ein Karren hier hin. Ich glaube, das kann man gut erkennen, dass es so ein Karren ist. Und darauf werden wir das Pferd bauen. Wird imposant sein. Ich hab die Befürchtung, dass es ein bisschen größer ist als die Mauer. Der Krokodas wird's also nicht, äh, nicht ganz durch die Tür kriegen. Aber ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wie gesagt, dass er sich hier an die Geschichte mit dem trojanischen Pferd ein wenig sich erinnert fühlt. Der Plan ist jetzt, wie gesagt, wie beim Pferd so üblich, vier Beine zu bauen. Ich hab das so gemacht, dass das Pferd fünf Glöcke breit wird. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie eine gute Breite-Höhe-Längen-Verhältnis finden. Dass das Pferd irgendwie nicht ausschaut nachher wie ein Pony oder ein zusammengestauchter Hund. Und gleichzeitig brauchen wir, wie gesagt, innen ein wenig Platz. Sieht aber so ganz gut aus. Wir können gleich nochmal ein bisschen Gras hier drum tun. Ausleuchten sollte ich nicht vergessen. Nicht, dass wir hier nachher noch irgendwie ein Monster in die Burg lassen. Das würde ich auch nicht wollen. Aber ich glaube, das ist eine gute Basis. Der erste Bauabschnitt ist fertig und, ähm, naja, 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 naja. Ein Pferd kann man noch nicht wirklich erkennen. Ich sag's euch. Versucht mal ein echtes Lebewesen in Minecraft nachzubauen. Klar, ein Minecraft-Pferd mit blockigen Beinen und blockigen Bauch. Das hätte ich nachbauen können. Aber ein Pferd, ein echtes nachzubauen, alter Falter, ist das schwierig. Es ist so schwierig, die richtigen Proportionen, Formen, Höhe, Größe zu finden. Oh, und auch ein Pferd nachzubauen. Wie kann man nur, wie kann man nur auf so eine Idee kommen, ey? Ich sag's euch. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Also, wirklich, wirklich schwierig. Großen Respekt. Ich versuche das jetzt irgendwie hinzubekommen und hoffe, dass man nachher da irgendwie ein Pferd erkennen kann. Also, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Bisher erkennt man noch nicht wirklich ein Pferd, oder? Auch mit der Zeit wird's nicht wirklich besser. Was ist das? Ein dickes Kamel? Ich sag's euch. Baut keine Tiere in Minecraft irgendwie nach. Es ist, es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sieht irgendwie aus wie so ein verhungerter Mischung aus Dinosaurier und Tierchicken-McNuggets. So langsam wird es was, aber, ja, ich hab bessere Sachen gebaut. Also, mit echten Tieren in Minecraft nachbauen, super, super, super schwierig. Ich find, es sieht okay aus. Und vielleicht tauschen wir hier unten die dunklen Blöcke nochmal gegen hellere aus, damit wir hier ein bisschen mehr Kontrast gegenüber dem Holz haben. Aber ich denke, man erkennt jetzt, dass es ein Pferd ist. Die Vorderbeine sind vielleicht ein Ticken zu kurz, die Muskeln hier zu groß. Und oben fehlt natürlich noch der Schweif. Beziehungsweise, Schweif ist hinten. Mähne ist sozusagen vorne. Es sieht okay aus. Ich glaub, man erkennt es als Pferd. Das wär auch etwas, was ich nicht abreißen würde. Also, dafür wär's zu schade, jetzt hier einfach ein vierkiges Minecraft-Pferd hinzusetzen. Ich versuch nochmal mit dem Schweif ein bisschen was zu retten. Und vielleicht passen wir hier nochmal was an. Ich glaube, die dunklen Blöcke tausche ich gegen helle aus. Dann ist ein bisschen mehr Kontrast da, auch wenn das Pferd dann nicht mit einem bunten Fell ausgestattet ist. Das Wichtigste ist aber, ihr seht's, wir haben hier massig, massig, massig Platz für viele Kumpanen und Überraschungen, die den Kroko bestimmt sehr freuen. Und fertig ist unser Pferd. Ich glaub, man kann mittlerweile erkennen, dass es ein Pferd ist. Meine beste Bauleistung ist es nicht. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen. Also, es ist wirklich anspruchsvoll. Ich hab's jetzt, glaub ich, schon oft genug betont. Ich saß hier jetzt gefühlt zwei oder drei Stunden nur an dieser ollen Pferdefigur dran. Und bin bedingt zufrieden. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich glaub, es ist aber klar erkennbar, dass es ein Pferd ist auf dem Wagen. Ich glaub, es ist auch erkennbar, dass es das trojanische Pferd ist. Wir hinterlassen nachher für Kroko aber nachher noch eine schicke Nachricht. Jetzt beginnt aber erst der spannende Teil. Ich hab ja schon gesagt, trojanisches Pferd. Da drin sind Leute versteckt, in unserem Fall Monster. Und die muss ich reinbekommen. Das heißt, ich baue mir so eine Leiter, warte auf die Nacht, schicke die quasi hier hoch irgendwie mit der Leiter. Und dann müssen wir sie mit einem Name Tag benennen. Und dann kann der Kroko, wenn er das Pferd abreißt, sich hoffentlich sehr drüber freuen. Das ist zumindest der Plan. Und wenn noch ein bisschen Zeit übrig ist, ist mir sogar noch eine extra schicke, explosive Sache eingefallen. Der Kroko hat ja auch ein kleines Loch in meine Basis gesprengt mit dem schicken Rasenmäher. Pferde haben auch gewisse Hinterlassenschaften und die können, denke ich, auch gut explosiv sein. Aber Pferd ist okay. Jetzt wird es wirklich explosiv. Nametakes für die Monster dürfen nicht fehlen. Sechs haben wir. Wie viele haben wir noch? Acht. Reichen acht Monster für das trojanische Pferd? Also acht Monster? Ich weiß nicht. Ich gucke nochmal, dass ich mir irgendwie noch ein paar Nametakes besorge. Kann ich mit dir schon wieder traden? Ja, sehr gut. Der Kroko soll ja wirklich eine freudige Überraschung haben. Creeper halte ich für das trojanische Pferd doch etwas als zu gefährlich, muss ich gestehen. Skelette. Ja, du bist perfekt. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Och, komm. Ey. Nicht du. Dein Kollege mit der schicken Rüstung. Du musst mir mal hier folgen. Ich brauche dich als Freund hier. Als Freund und Helfer. Komm mit. Alter Falter machen die Damage. Komm mit. Komm hinterher. Ich habe Angst. Okay. Also Skelette werden sportlich werden. Wir müssen jetzt einmal hier diese Trendleweppe einmal hochgehen. Und ich glaube, das klappt nur mit Zombies. Ich glaube, wir können nur Zombies reiten. Und das Problem ist, die Viecher, die kann man vergessen. Die schießen einen nur von der Treppe runter. Okay. Ich suche mir einen Zombie. Perfekt. Da bist du ja. Komm mal mit. Komm mal mit, Freundchen. Güney. Güney, jetzt hau mich hier nicht runter. Jetzt hau mich hier nicht runter. Komm. Komm, komm, komm. Mit zwei Traptors. Der denkt, das ist ein voller Block. Und müsste hier reingefallen sein. Ich habe ihn benannt, würde ich sagen. Ich habe ihn benannt. Und ich sollte eventuell einen Wassereimer da reintun. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Selbst wenn Kroko das Teil unten aufmacht, kommt ihm erst Wasser entgegen. Und da drinnen dann die Mobs. Dann kriegen die keinen Fallschaden. Ja. Ich tue mal einen Eimer Wasser hier rein. Dann haben wir auch kein Problem hier, dass die Monster Schaden bekommen. Aber ihr seht, das ist das Prinzip. Zwölf Zombies soll es sein. Die hole ich jetzt hierher. Und dann ist das trojanische Pferd auch fast befüllt. Während ich hier auf die nächste Nacht und die nächste Ladung an Monstern warte, können wir schon mal parallel den weiteren Teil des Pranks ausüben. Ihr wisst ja, Pferde haben immer so Eigenschaften und hinterlassen was. Und ich würde jetzt hier so kleine Hügelchen hinterlassen für den Kroko. Als Anspielung an den Rasenmäher Prank. Ich möchte nicht zu viel kaputt machen. Ich denke, ein TNT auf Dirt ist hier in Ordnung. Da wird nicht viel kaputt gehen. Und ich mache es so, dass ich quasi den Observer hier hinsetze. Wichtig ist, ich darf jetzt hier nichts mehr bauen. Dass der aktiviert wird. Ihr seht es. Wird der aktiviert, würde das TNT explodieren. Das setze ich jetzt hier hin. Und jetzt, dadurch, dass ich das in der richtigen Reihenfolge gemacht habe, kann ich das hier überall platzieren. Und wenn der Kroko es abbaut, im Worst Case, gibt es eine Explosion. Er hat aber auch eine Chance, das sozusagen selber zu beheben. Das heißt, Fladen Nummer 1 vom Pferd ist hier platziert. Und ich würde sagen, ich setze die jetzt hier einfach nochmal kreuz und quer so ein bisschen über sein Grundstück. Dass er auch ein bisschen, ja, Freude und hoffentlich keine Langeweile hat. Wenn er hier jetzt dann den Prank wieder aufräumen darf. Und zu fies ist es, glaube ich, auch nicht. Weil, wie gesagt, bis auf ein bisschen Dirt geht eigentlich, eigentlich hier nichts großartig kaputt. Und fertig ist der Prank. Ich würde sagen, gute 5 Stunden sind jetzt hier reingeflossen. Dauert alles immer viel länger, als man zuerst denkt. Aber ich denke, das wird sich lohnen. Der Kroko wird seine Freude haben. Ihr seht es, die Häuflein, die das Pferd hier hinterlassen hat, die sind schon schön begrünt und hochexplosiv. 15 Stück habe ich jetzt hier hingesetzt. Sollte nicht zu viel Schaden anrichten. Und dann haben wir hier unser Pferd auf Steroiden gefühlt. Zumindest mit sehr dicken Oberschenkelmuskeln. Man erkennt es aber. 12 Monster sind jetzt hier drin. Ich stelle mich mal hier hin. Die sollte man jetzt hier auch rumstöhnen hören. Und ich glaube, der Kroko wird seine Freude haben, wenn er hier ist und das trojanische Pferd sieht. Ich bin vor allem gespannt, ob er es erkennt, ohne dass er hier den Text so liest. Wir haben aber auch noch eine Kleinigkeit hier geschrieben. Hallo Kroko. Ein Pferdchen steht auf großem Feld. Wer hat das hier abgestellt? Nun steht es aber einmal hier. Macht aber nichts. Ich schenke es dir. Es ist gefüllt mit vielen Gaben. Da wirst du deine Freude haben. Viel Spaß mit dem Trojanuschen. Jetzt spreche ich es nicht mehr richtig aus. Pferd. Ich denke, das sollte der finale Hinweis sein. Dein 1,100 PS. Danke für den explosiven Rasenmäher. Ich glaube, der Kroko weiß damit anzufangen und das Danke einzuordnen. Ich bin gespannt, ob es darauf wieder einen Rache-Prank gibt. Ich finde das aber eine mega coole Idee. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Prank findet. Und wie ich den Kroko als nächstes pranken soll. Damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Wenn euch es gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal kostenlos. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Und bis bald zur nächsten Folge von Craftetec X. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen.